Ja, wieder herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Stück 2B aus dem Mikrokosmos. Es ist das dritte Stück im Mikrokosmos. Rathok hat ihm die Nummer 2B gegeben. Und es ist das erste Stück, in dem er aus der C-Dur-Lage ausbricht. Er bleibt auf den weißen Tasten. Es wird noch keine weiße Taste gespielt, aber es gibt eine kleine Veränderung in der Handposition. Vorher haben wir die C-Lage gehabt, der Daumen auf C2. Und jetzt müssen wir den Daumen runter schieben, sodass er auf dem A liegt. Ihr könnt es in den Noten oben sehen, hier ist der erste Finger auf dem A. Und der fünfte Finger wird auf dem E liegen, ganz am Anfang. Das Stück beginnt also mit dem E2. Und wenn ihr jetzt 4 und 5 runterspielt, äh 4, ja 5, 4, 3 spielt, dann landet ihr mit dem dritten Finger auf der grünen Taste. Und wenn ihr jetzt in die Noten schaut, dann habt ihr auch oben 5, 4, die grüne Taste und die grün markierte Note bei mir. Das ist ja immer das C, das Chamäleon C. Und so hat man eine neue Handstellung. Wenn man den Akkord so spielt, in der linken Hand wird es dann auch so sein. Nur umgekehrt mit dem fünften unten. Hört man schon. Also eine Molltonart. Sicherlich hat Bartok daran gedacht, neben einem anderen, etwas veränderten Notenbild, erweiterten Notenbild, auch mal klanglich etwas Neues zu bringen, indem man einfach eine andere Handlage, andere Ton hat. Genau. Achso, zur linken Hand kann ich auch kurz noch erläutern, damit ihr es auch mal gesehen habt. Der dritte Finger liegt wie in der rechten Hand auf der grünen Taste. Beim dritten Finger ist es ja, da treffen sich ja die Hände. 1, 2, 3, 4, 5. 3 und 3 ist also der Mittelfinger in beiden Händen. Hier liegt der erste Finger dann auf dem A und hier muss es dann der fünfte sein. Nicht wahr? Und der erste Finger ist auf dem E. Ich spiele euch die Melodie vor, in der rechten Hand, in der sogenannten, sagen wir mal, wir nennen es jetzt mal A-Lage. A-Moll, wir nennen es jetzt einfach mal A-Lage. Weil das A der tiefste Ton ist von dem Fünftonraum. Da ist das C. 1, 2 zählen wegen mir, gerne. Bis zum Fünften wieder hoch. Und dann wieder hoch. Ja, machen wir es mal, ruhig mal die linke Hand erst. Ja, warum nicht? Habt ihr auch mal diesen Input? 2, 1, 2. Also wieder nur Viertel und Halbe. Rückmisch. Gibt es noch nichts Neues, Viertel und Halbe. Damit man sich erstmal mit den Grundwerten vertraut machen kann. Möglichst wieder Legato spielen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet. Man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Macht es doch beides. Einmal abgesetzt üben. Und einmal gebunden üben. Auf jeden Fall langsam üben. Immer langsam üben. So wie ihr es auch aus meinen anderen Tutorials kennt. Zum Reset von Bach. Oder in den Basistutorials sage ich es auch immer wieder. Immer in kleinen Häppchen üben. Und die linke Hand wieder parallel dazu. Ich spieße jetzt einfach beide Hände zusammen. Ich spieße jetzt einfach beide Hände zusammen. Vier. Dann haben wir wieder die Vierschlagnote am Schluss als Ausklang. In der Mitte hat man einige Ruhepunkte durch Halbe. Dass es nicht nur durchläuft. Und sich ruhig diese Relation zwischen den beiden Tönen bewusst machen. Und wenn es vielleicht ein bisschen sicherer schon kommt, dann könnt ihr natürlich ein bisschen anziehen. Eine kleine Melodie im Fünftonraum. Bartok hat sich ja sehr stark mit der Volksmusik seiner Heimat beschäftigt. Und gerade Volkslieder haben ja auch viel mit einem überschaubaren Tonraum zu tun. Vielleicht hat ihn auch das dazu bewogen, diese ersten Stücke seines Mikrokosmos im Fünftonraum zu schreiben. Und er bleibt erstaunlich lange auch im Folge der anderen Wände des Mikrokosmos diesem Fünftonraum treu. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn wir das genauso machen und ihr lange erst mal in dieser, ich sag mal, Kleinartikulation auf einem recht engen Rahmen spielt. Das ist auf jeden Fall sinnig. Bis zum nächsten Stück. Tschüss.